Also wir sind jetzt heute beim Body Marbling. Das ist das erste Mal in Europa, dass es diese Technik gibt. Und wir verschönern den Leuten die Arme. Also die können da ihre Farben erstmal aussuchen. Dann legen die den Arm da rein und dann haben die einen schönen gemarbelten Arm. Also so wie bei mir. Ja, wir machen die Mädchen schön und die freuen sich, warten teilweise zwei Stunden, um halt Luft zu bekommen oder Fingersprung oder Gitarre. Ja, die Idee ist total gut. Vor allem wenn man auf dem Campingplatz ist, hat man nicht immer die Gelegenheit sich so aufzustellen. Kann man das hier gut nutzen.